Erkennst du irgendwas verdächtiges? Lass mich mal sehen. Ich weiß ja nicht, Chopper, hier sieht nichts ungewöhnlich aus. Ist nur eine Fördereinrichtung. Ich habe mitbekommen, wie Vater gesagt hat, dass das nur die erste von vielen ist. Nein, wir können noch nicht los. Onkel Gobi hat gesagt, wir sollen beobachten, was wir können.